Schauen wir mal, ob du ein Angsthase bist, wenn du von einem von diesen Dingen Angst hast, dann bist du einfach ein Angsthase und wenn du Angst vor der Dunkelheit hast, dann lass mal ein Abo da, let's go! Schlangen sehe ich in Deutschland persönlich gar nicht oft. Aber bin ich ehrlich, wenn so eine Schlange über meinen Körper kriecht, gar kein Bug. Vor Gott, es gibt diesen gewissen Spruch. Ich habe vor nichts Angst, außer Gott. Spinnen, wenn ich es nachts vorm Schlafen eine Spinne sehe und ich kriege die nicht. Digga, du weißt ganz genau, ich werde eine schlechte Nacht haben. Entweder krabbelt die mir in den Mund oder frisst mich auf. Gewitter. Ich weiß, dass viele Menschen eigentlich davor Angst haben, aber ich persönlich, nein. Vor Mäusen habe ich eigentlich gar keine Angst, aber so ein Tierchen im Haus zu haben, kritisch. Vorm Fliegen, beim Landen habe ich die meiste Angst, aber wenn das Flugzeug abstürzt, sind wir mal ehrlich, kannst du einfach nichts machen. Vor der Wahrheit, muss ich ehrlich sagen, habe ich Angst und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Aber vor was hast du Angst?